who I got to bat nie deutschland es sind kackwürstchen radio selbst er weiss uich weiß hallo und willkommen zu einem neuem Video heute gucken wir YouTube kacke von meiner morsel und der Titel heißt YouTube Kacke scheiß werbung abonniert und aktiviert die Glocke und werdet ein Teil von santybeoz amia Peace. Und jetzt geht's los. Oh, ich weiß nicht, was auf mich zukommt. So, und ich würde sagen, wir fangen einfach mal eine Woche lang meinen Radiosender. Erstens, meine Scheißschwester. Was hat die Frau von Parship jetzt gerade gemacht? Da habe ich mit ihr gewettet. Nö. Arira, werden genommen und gewonnen. Nö. Jetzt hören wir eine Woche lang meinen Radiosender. Nö. Doch. Nö. Doch. Nö. Wie kann man zu so einem Video tanzen? Ist doch nicht. Oh, die hat das komplett aus. Die eskaliert ja komplett. Wie die auch noch lacht. Die hat eine andere Lösung. Deutschland. In uns. Marschiert Deutschland. Das ist mein Arie. Testen auch sie unseren Stiftung Warentest. Sieger. Arie. Kolo und Style. Kompaktpulver. Füffel. 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 Und er trinkt ja gemütlich sein Kaffee. Wien ist nicht in Deutschland. Wien ist wie Kackwürstchen. Nein, die sind scheiße. Genau. Deutschländer von Mayamnon. 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 Maykaka. Maykaka macht das Kackwürstchen. Maykaka. Warum sind Ausländer eigentlich scheiße? Na, weil Ausländer kack sind. Und darum sind die scheiße. Genau. Kackkaka. Nein, schweiß nicht ausländer. Also, ich hab nichts gegen Ausländer. Selbst. Selbst er weiß, wo ich scheiß. Ich scheiße jetzt. Ja, ich auch. L-L-L-E. Die Minuten sind alle vergeben? Das glaub ich nicht. Was? Du? Ne, so gut. Das glaub ich nicht. Diese drei Wörter können einfach alles verändern. Ich hab den Schiss. Ich hab den Schiss. Das glaub ich nicht. Ich... Was? Ich hab den Schiss. Ich hab den Schiss. Ich hab den Schiss. Das glaub ich nicht. Ich glaub ich nicht. Und das ist scheiße. Der erste... Der erste... Der erste... Der erste... Der erste war... drei Minuten und ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie mir. Lasst noch eine positive Bewertung da. Zum Beispiel ein Like oder einen Support. Und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich mit einem Abo unterstützen würdet. Und bis zum nächsten Mal.